Diesmal präsentiert das Genfer Forex Event die atemberaubenden Gubbler und Bon Genie. Daria, du bist die Mistukas Copy Februar. Herzliche Gratulationen. Was bedeutet die Teilnahme an Genfer Forex Event für dich? Danke, ich liebe Genf und freue mich hier zu sein. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mir dabei geholfen haben, meinen Traum zu verwirklichen. Was kannst du den Anwärterinnen auf den Mistukas Copy Titel raten? Ich würde sagen, dass man hart arbeiten muss, weil dies keine leichte Aufgabe ist, die sich im Endeffekt aber auszahlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 An diesem Abend wurde viel lauter Musik gespielt und viel Champagner vergossen. Das war das Genfer Forex Event für heute. Bis zum nächsten Mal.